Hello again! Da bin ich wieder. Ja, diesmal geht's darum, ob man Spiele auch ohne den RPG Maker XP starten kann. Ja, im Grunde geht das ja. Man muss nun als Spieleentwickler bestimmte Vorkehrungen treffen. Weil normalerweise geht das eben nicht. Das habt ihr ja festgestellt. Genau deswegen habt ihr mich auch gefragt, wie es geht und ob es geht. Und ich sag jetzt einfach mal, ja, es geht. Und das geht wie folgt. Zuerst geht ihr Game Open Game Folder und kopiert dort die RGSS102E DLL hinein. Diese werde ich in die Videobeschreibung als Link packen, als Download-Link, damit ihr die runterladen könnt. Oder ihr sucht euch die im Windows-Ordner raus, weil wenn man den RPG Maker installiert, ist diese im Windows-Ordner enthalten. Ähm, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wo und wie. Spielt aber auch keine Rolle an sich. Ihr könnt die einfach rauskopieren. Also ich meine, runterladen bei mir. Ihr müsst jetzt nicht im Windows-Ordner suchen, wenn ihr das nicht wollt. Gut, das hätten wir auch erstmal geklärt. Dann wird aber die RTP logischerweise trotzdem noch gebraucht, wegen den Grafiken, die ganzen. Weil diese Grafik ist ja eine Standard-Grafik. Das wissen wir. Und wenn man hier auf Game Select RTP geht, steht ja hier RTP1 Standard. Und wenn man hier auf den Noun geht, verschwinden die Grafiken. Hm, schlecht. Ja, ganz schlecht, würde ich mal sagen. Ganz, ganz schlecht. Also fehlen die Grafiken. Der Spieler muss die RTP Standard installiert haben. Also die Standard-RTP. Okay. Um die Grafiken zu haben und die Sounds. Das kann man auch umgehen, indem man jetzt, äh, wieder umgehen folgt, hat man jetzt hier Audio. Und dann muss man noch, so. So, bei Computer, lokaler Datenträger C, Programme in Klammern x86, wenn ihr kein Ordner, Programme in Klammern x86 habt, dann habt ihr den Ordner Programme ohne die Klammer. Dann geht ihr da rein, weil es nämlich nur bei 64-Bit-Systemen existiert, diese Ordner, soweit ich das weiß. Dann geht ihr Common Files, Enter Brain, RGSS, Standard. Und dann hat man hier Audio und Graphics. Da sind diese ganzen Standard-Grafiken und Standard-Sounds. Genau. Und diese müssten ja installiert werden. Aber, das kann man umgehen. Wir können einfach hier kopieren. Copy. Dann gehen wir in den Ordner hier, Graphics, was haben wir jetzt, Teile Set, einfügen, Grasland. Ist jetzt hier im Spiel drinnen, die Grafik. Nun gehen wir in die Material Base, xen das Ganze und schon haben wir die Grafik wieder im Spiel. Perfekt. Und das komplett ohne RTP. Hier oben fehlen jetzt noch die Auto-Titles. Die muss man natürlich noch hinzufügen und so weiter und so fort. Die ganzen Sounds, alles, was ihr im Spiel verwendet habt, hinein kopieren. Oder einfach alles. Oder einfach alles aus der RTP. Wenn ihr gar nicht mehr wisst, was ihr verwendet habt, dann einfach alles hinein kopieren. Ist ja auch nicht so groß und sonst müsstet ihr die RTP mit verschicken. Dann kommt ihr ja auf das Gleiche im Prinzip. Ja. Dann einfach auf File, Compressed Game Data. Ja klar, möchte ich speichern. Und dann einfach irgendwo abspeichern. Fertig. Gut, das war jetzt ein kurzes Tutorial. Ich hoffe, ihr habt es verstanden. Wenn nicht, dann... Ja, Fragen. Ist klar. Unten Kommentare. Selbstverständlich. Das weiß ja jeder. Hoffe ich. Denke ich. Rate ich. Dann viel Spaß mit euren Spielen. Jetzt könnt ihr die auch euren Freunden schicken, die den RPG-Maker eben nicht haben. Dann gehen. Dankeschön. Dann gehen.